In unserem letzten Tutorial zu Civilization VI wollen wir uns einmal das Militär anschauen. Denn entgegen des Rhythmus des Spiels und der Gemütlichkeit, die es manchmal ausstrahlt, ist das Militärische sehr timingbasiert und kann sehr, sehr ausgenutzt werden. Und es ist sehr wichtig zu wissen, wann kann ich aggressiv spielen, wann sollte ich mich verteidigen, wann kann ich mich wirklich mit großen Städten anlegen. Wenn ihr noch nicht die anderen Tutorials geguckt habt, schaut einfach mal unten in die Beschreibung oder hier oben rechts. Da solltet ihr mehr finden. Guckt euch auch gerne sowas wie die Bombard Rush Playthroughs an. Die sind auch sehr hilfreich dabei zu sehen, wie das eigentlich funktioniert mit dem Militär. Aber schnacken wir nicht lange drum herum, gehen wir rein. Ich nehme einfach wieder das Save Game von unserem guten alten Friedrich Barbarossa. Wir gehen erstmal ganz allgemein alle wichtigen Punkte, die es hier gibt, für die verschiedenen Zeitalter durch. Es kommt natürlich vor allen Dingen als erstes mal ganz stark auf die Civilization an, auf die Zivilisation. Was habe ich für Spezialeinheit? Was für Besonderheiten habe ich? Zum Beispiel können wir jetzt Deutschland schauen. Hat jetzt da nicht sehr viel, sondern hat das U-Boot. Das kommt extrem spät. Ist deswegen natürlich nicht so relevant für unsere Timings, wie jetzt zum Beispiel bei anderen, wo man direkt am Anfang eine Einheit hat. Der Klassiker sind zum Beispiel die Perser dabei. Denn der hat die Immortals auf Englisch. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier Krumm-Serbier-Kämpfer heißen. Sei dahingestellt. Und die sind extrem, extrem stark ersetzt. Und die Schwertkämpfer haben eine Reichweite, also einen Fernkampfangriff. Dieser Fernkampfangriff ist schon mal sehr stark, um Städte zu brechen. Sie sind gleichzeitig noch immer sehr stark. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Schwertkämpfer das Ganze vergleichen, haben wir auch 35 Stärke. Also sie sind trotzdem genauso stark wie ein Schwertkämpfer. Können zusätzlich aber auch noch die Reichweite nutzen. Und dadurch natürlich einen gigantischen Vorteil haben. Natürlich hat Persen auch sowieso schon etwas, was halt nochmal bei Überraschungsangriffen, also mit Kyros zumindest, bei Überraschungsangriffen nochmal mehr Fortbewegung gibt. Was komplett lächerlich ist. Und dadurch natürlich sowas wie Persen deutlich nach vorne bringt in dem militärischen Spiel. Das sei aber jetzt viel zu viel, wie jede Zivilisation da durchzugeben. Deswegen gebe ich ganz allgemeine Dinge. Nur halt es halt im Kopf. Jede Zivilisation bietet was anderes. Wenn ihr wirklich militärisch generell sehr früh aggressiv sein wollt, dann ist sowas wie Kyros halt auf jeden Fall euer Go-To. Da müsst ihr das dann auf jeden Fall nutzen. Andere bieten halt natürlich keinerlei. Die zahlen halt am Anfang oder militärische Vorteile. Das wäre aber trotzdem möglich, da gewisse Timings auszunutzen. Und diese Timings schauen wir uns jetzt mal an. Da kann man chronologisch vorgehen. Erstmal in der Antike, da gibt es jetzt nicht ganz so viel Spektakuläres, aber da sind schon ein paar Dinge, die man beachten kann. Nummer 1 ist natürlich der Klassiker schlechthin, den ich euch auch im Tutorial gezeigt habe. Der Schleuderschütze into Bogenschütze. Warum ist der Bogenschütze super? Auch aggressiv. Weil der Bogenschütze halt die erste Einheit ist, die zwei Reichweite hat. Dadurch ist es sehr wichtig, gerade wenn man nah an der KI ist, gerade auf höherer Schwierigkeitsstufe, diese Bogenschützen als Verteidigung zu bauen. Aber auch wenn ihr sagt, ich will früh angreifen, kann man, wenn man ordentlich Bogenschützen produziert, durchaus mit drei Bogenschützen und vielleicht zwei Kriegern, je nachdem wie stark die KI ist, auf welcher Schwierigkeitsstufe die KI ist, ordentlich angreifen und auch dann schon mal einen Krieg führen. Was nicht unbedingt nötig ist, aber was kann man machen. Und sonst habt ihr auf jeden Fall die Notwendigkeit, ab Gottheit oder ich glaube auch davor schon mal unsterblicher, dass ihr auf jeden Fall Bogenschützen schnell macht, wenn ihr seht, die KI ist aggressiv. Und wichtig ist dabei, das denke ich auch nicht so oft dran, wenn ihr wirklich jetzt von der KI angegriffen werdet, der Bogenschütze steht bitte nicht in der Stadt. Der Bogenschütze steht dann dahinter und euer Krieger jetzt zum Beispiel steht in der Stadt. Warum? Ihr seht es hier oben, die Galitionsverteidigungsstärke erhöht sich, wenn ihr eine Einheit reinsetzt. Und gerade am Anfang kommt die KI auf Gottheit mit extrem viel Einheiten und dann müsst ihr einen Krieger darin haben. Euer Bogenschütze steht strategisch, wenn es möglich ist, das ist oft nicht möglich, aber es sollte im besten Fall sein hinter der Stadt. Das heißt, hier zum Beispiel kämen jetzt die angreifenden Einheiten, dann steht der Bogenschütze hinter und kann mit seiner 2er Reichweite dann eben dementsprechend angreifen. Wenn er nämlich da drin ist, erhöht er die Galitionsverteidigungsstärke nicht sehr stark. Ihr seht, der Krieger erhöht das dann um 10. Warum sollte ich die Galitionsstärke erhöhen und darauf auch auf jeden Fall achten? Weil die Stadt dann eben deutlich mehr Schaden austeilt, wenn sie angegriffen wird im Nahkampf. Mehr aushält auch gegen Fernkämpfangriffe. Deswegen sehr wichtig, Kriegereien, also Nahkampfeinheiten rein, Fernkämpfer dann drumherum stellen. Sonst natürlich könnt ihr, wenn ihr wisst, ihr seid überlegen, die Fernkampfeinheit einfach in der Stadt stehen lassen, dann ist sie am sichersten. Der erste Punkt zur Verteidigung. Eine Stadt, am Anfang wählt man natürlich kaum nach solchen Bedingungen, aber sehen wir uns zum Beispiel mal Bremen an, seht ihr, dass Bremen nur von zwei Feldern angegriffen werden kann. Und das ist essentiell hilfreich gegen die KI, weil die KI kriegt das nicht hin, seine Bogenschützen perfekt zu stellen oder sowas. Und am Anfang haben die auch eigentlich immer nur Krieger. Das heißt, mit zwei Krieger angegriffen zu werden, wenn ihr da natürlich eure Einheit da reinstellen konntet in der Zeit, ist natürlich wesentlich besser, als wenn ihr zum Beispiel wie bei Heidelberg 1, 2, 3, 4 Armeen euch angreifen könnt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir lieben ja alle Mathematik. Das haben wir ja beim Kultursieg schon gemacht. Deswegen gehen wir da ein bisschen mit rein. Warum erhöht sich die Stärke um 5, wenn ich den Bogenschützen reinmache? Die Basisstärke eurer Stadt ist immer 10 am Anfang, entspricht aber immer eurer stärksten Nahkampfeinheit, die ihr gebaut habt. So ein Schwertkämpfer wären ja 35 minus 10. Das heißt, wenn ich einen Schwertkämpfer hier upgrade aus meinem Krieger, ein einziger Reich, würde meine Stadt, jede Stadt, die ich habe, Bremen auch, eine Basisstärke von 25 haben, statt von 10. Und dann wird diese Stärke so weit erhöht, wie eure Nahkampfstärke der Einheit höher ist, als dieser Basiswert. Als der Krieger hat er 20 minus 10, sind 10 Basisverteidigungsstärke, also Garnisonsverteidigungsstärke. Und da er 10 mehr hat als die Basisgarnisonsverteidigungsstärke, erhöht er die um 10. Während der Bogenschütze, wie wir sehen können, der Nahkampfstärke 5 mehr hat. Und deswegen erhöht er die Garnisonsverteidigungsstärke um 5. Es gibt noch 1000 Sachen, die das modifizieren, da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, sonst wird das Video mal, wird eh schon lang, das wissen wir ja, ich kenne mich. Aber es gibt noch einen Unterschied, die ich ganz kurz sage hier. Es gibt verschiedenste Sachen, die das modifizieren, Palast und bla bla bla. Aber bringen wir einfach nur das kurze Beispiel, Heimer mit Bremen und Heidelberg. Ihr seht, Heidelberg hat 12. Warum? Hm, komisch. 10 habe ich ja eben gesagt. Bremen hat ja 10, ist die Grundstärke. Das liegt daran, war Heidelberg, können wir uns einfach mal über Reich anschauen, tatsächlich schon einen Distrikt fertig habe. Und zwar die Hanse. Die ist schon fertig, der hier ist noch nicht fertig. Und jeder Distrikt erhöht eure Garnisonsstärke um 2. Vielleicht einfach so. Und da gibt es noch ganz viele andere Modifikationen, die das machen. Da achtet man aber bitte jetzt nicht drauf. Wie gesagt, er würde ich jetzt nicht irgendwie minmaxen. Das ist echt ein völliger Wahnsinn. Wichtig ist, wertet die Liege auf. Hier in dem Spiel mit Siedler braucht man es jetzt nicht unbedingt. Aber deswegen ist Eisen so essentiell. Oder eben irgendeine andere Nahkampfeinheit, womit ihr die Stärke erhöhen könnt. Eisen eben für Schwertkämpfer. Ihr könnt es aber auch mit dem schweren Streitwagen machen. Dann hat es zum Beispiel die Stärke der Stadt ja eine Basisstärke von 18, weil es ja auch eine Nahkampfeinheit ist. Und dann können sie zum Beispiel zum Ritter upgraden, wo wir ja gleich dazu kommen, was ein 50er Stärke, was natürlich extrem ist, weil eure Städte dann auf 40 steigen. Oder eben Landsknecht, was nachher kommt, braucht aber auch Eisen. Das ist das Problem. Braucht ihr mit dem Ritter übrigens auch. Also Eisen ist da wirklich essentiell in diesem Zeitpunkt. Der würde euch 45 geben. Oder eben Pekini auch 45. Da müsst ihr halt nur diese eher unnütze Technik, Militärtaktik nehmen. Aber im Notfall, wenn ihr merkt, die KI ist aggressiv und ihr habt da Schwierigkeiten, müsstet ihr halt den bauen, damit ihr wenigstens auf 35 Basisstärke kommt. Wie ihr schon merkt, in der Klasse kann ich jetzt nicht wirklich viel tun. Ich habe halt meine Krieger. Wir sind ganz am Anfang. Wir haben tatsächlich dann den nächsten Schritt mit der Steinkunst, mit der Bronzeverarbeitung und dem Rad. Dann gibt es den Rambog. Das sind ja diese Unterstützungseinheiten, die, wie ihr sehen könnt, haben halt die Möglichkeit, neben eine Stadt platziert zu werden. Und dann können Kavallerie-Abwehreinheiten vollen Schaden gegen die Stadtmauern machen. Das ist ziemlich gut. Das heißt, ihr habt dann einen Vorteil. Aber halt nur die Kavallerie-Abwehreinheiten. Tatsächlich hat kein Einfluss auf Mauern des Mittelalters oder Resilie-Sons. Ja, ist relativ egal. Aber nur Kavallerie-Abwehreinheiten haben tatsächlich mehr Schaden. Sonst keiner gegen die Stadtmauern. Also vollen Schaden. Dann könnt ihr tatsächlich mit Sperrkämpfern plus Rambog können auch einen Push machen. Mache ich eigentlich nie. Da können mich andere überzeugen. Ich finde Sperrkämpfer sehr schwach. Haben natürlich ein Vorwort, dass sie 10, also auf 15 die Basis Garnisonsstärke erhöhen, aber sind halt gegen Krieger und so recht schwach. Die sehr guten Einheiten sind natürlich schwere Streitwagen. Das hat verschiedenste Gründe. Baut die einfach, wenn ihr einen richtig fiesen, fiesen Push haben wollt, baut ihr einfach mal 2, 3, 4, 5 schwere Streitwagen. Und habt dann erstmal natürlich so eine starke Einheit. Könnt relativ schnell euch bewegen. Und ihr braucht keine Ressourcen dafür. Kein Eisen. Sehr gut. Guckt, dass ihr euch Eisen schnell connectet. Dass ihr da schon mal ausbauen könnt. Skippt einfach die Schwertkämpfer und geht direkt, wenn ihr richtig aggressiv sein wollt. Das ist der Klassiker auf Steigbügel, was ich jetzt hier als ganz Spätes erforsche. Warum? Ihr spart euch ja das Eisen für eure Ritter. Das heißt, das habt ihr nicht ausgegeben für die Schwertkämpfer, sondern habt sie für die Ritter ausgegeben. Ihr habt wesentlich weniger Produktion bezahlt, weil die schweren Streitwagen relativ günstig sind in der Produktion mit 65. Während der Ritter, wenn ihr guckt, 220 kostet. Das heißt, ihr spart Geld. Nehmt die Politik, wo ihr 50% weniger zum Upgraden braucht. Die kriegt ihr von, naja genau, genau hier, Söldner. Das heißt, 50% weniger Gold. Und dann haut ihr einfach diese 3, 4 Streitwagen, die ihr gebaut habt, einfach mal hoch zu Rittern. Und diese Ritter haben halt einfach mal eine Stärke statt, ihr seht es ja hier, 28 zu 50. Damit bufft ihr eure Garditionsverteidigungsstärke auf 40. Und ihr habt eine Einheit, die derart brutal Städte überrennen kann, auch mit Mauern, wenn sie noch nicht groß Upgrade sind. Wenn ihr das sehr schnell machen könnt, mit allen Heurikas am besten, könnt ihr massiv die KI auch auf Gottheit überlaufen. Da müsst ihr natürlich schon auch wirklich eure Strategie drauf auslegen. Das muss dann auch massiv gemacht werden. Ist aber einer der allerstärksten Pushes, wo ihr wirklich aggressiv gehen könnt, die es gibt. Bogenschützen und alles andere, was ich eben erzähle, sind halt so lala. Also Bogenschützen kann man auch gut machen. Ist aber schon sehr fortgeschritten und sehr, ja, nicht lackabhängig, aber da muss man schon gut aufpassen. Ja, das ist sehr schwer. Während der mit dem schweren Streitwagen ein extrem super Timing-Push ist. Wenn ihr das hinkriegt, relativ früh auch auf Gottheit diese Einheit zu bauen, das ist so bei der 50. Runde oder so, also müsst ihr jetzt schon wirklich früher sein, 50, 70. Runde vielleicht. Ich glaube, man kann es relativ früh schaffen, natürlich sowas mit Hammurabi, der ja komplett die Wissenschaft kriegt und die sowieso. Aber Feudalismus-Ausrichtung ist jetzt auch keine frühe Ausrichtung. Das heißt, es ist so, sag ich mal realistisch, 70 Runden, glaube ich, dass man dafür braucht, bis man da hinkommt. Schwank natürlich kann eine Schwankung von 30 Runden sein, ganz ehrlich, je nachdem, wie ihr spielt, wie ihr Start ist und so weiter. Aber diese Einheit ist massiv stark, um eben richtig fetten Push zu machen, eben weil sie von so einer extrem schwachen, ja nicht extrem schwachen, sondern von einer stabilen Einheit, die sehr wenig Produktion kostet, halt aufgewertet wird und ihr spart euch halt das Eisen dann. Ihr müsst aber Eisen haben, natürlich ist klar. Eben nicht für die Schwertkämpfer, sondern für diese Ritter. Nur um das einmal zu vergleichen, ein Bogenschütze kostet 60 Produktion, ein schwerer Streitwagen 65 Produktion. Also nochmal darauf hinzuweisen, wie krass einfach es ist, dann auch einen schweren Streitwagen zu bauen, die deutlich stärker sind, auch als 8 nochmal stärker als eure Krieger. Ihr seht natürlich einen Bonus, den ich tatsächlich verschwiegen habe vom Deutschen. Ihr habt natürlich mehr Kampfkraft gegen Stadtstaaten, da Stadtstaaten aber mit den neuesten Patches, auch mit Stadtmauern starten, ist es schwerer, aber ja, ihr könnt mit diesem Push, den ich euch eben genannt habe, mit dem Ritter, aber auch schon mit schweren Streitwagen tatsächlich, könnt ihr tatsächlich auch Stadtstaaten überrennen, wenn ihr Bock habt. Das ist als Deutscher dann zum Beispiel auch machbar. Generell mit jeder Kultur, aber Deutscher hat sich mit 7 Kampfkraft, wenn ihr überlegt, dass der Krieger 20 hat und dann 27 hat, ist das natürlich schon eine sehr, sehr starke Sache. Wenn wir eh schon mal in Spezialisierung sind, eine Nahkampfeinheit hat natürlich immer noch mehr Kampfstärke, mein Gott, gegen Kavallerieabwehreinheiten, also gegen Sperrkämpfer, plus 5, Sperrkämpfer halt nochmal mehr gegen die Kavallerieeinheiten und ein Bogenschütze hat extrem schwach gegen Bezirks- und Marineeinheiten, also extrem schwach, er ist deutlich schwächer auf jeden Fall. Jetzt bin ich jetzt schon so ein bisschen ins Mittelalter gesprungen, natürlich könnt ihr auch mit dem Schwertkämpfer arbeiten, der kostet 90 Produktion, hat 35 Stärke und ihr könnt vorher halt ganz viel Krieger bauen und die aufwerten. Ihr müsst aber daran denken, kostet 20 Eisen, ist also extrem teuer, dafür, dass die Aufwertung von 20 auf 35 geschieht. Trotzdem erhöht ihr halt damit eure Verteidigungsstärke und ihr erhöht eure Angriffsstärke. Wenn wir jetzt dazu kommen, weil wir ja jetzt ja eigentlich schon in der Klassik dabei sind, auch Stadtmauern zu bauen, gibt es auch wieder einen Punkt. Die Stadtmauern, die Stärke der Stadtmauern richtet sich immer nach eurer stärksten Fernkampfeinheit. Heißt also auch der Grund wieder, warum man Bogenschützenbau ist, weil ihr einfach schon die Fernkampfstärke eurer Stadtmauern erhöht. Habt ihr nur Slinger, also nur Schleuderschützen, werdet ihr auch nur die Stärke von den Schleuderschützen bekommen. Das ist natürlich sehr schwach, wenn ihr dann gegen irgendwie schwere Streitwägen oder Schwertkämpfer kämpft. Dann könnt ihr eigentlich nichts mehr mit eurer Stadt machen. Also es ist nur der Verteidigungsboost in Anführungszeichen dabei, aber ihr habt halt nicht eine sehr hohe Fernkampfstärke. Da solltet ihr immer dran denken. Die Mauern nochmal richten sich nach der Fernkampfstärksten Einheit, die ihr gebaut habt. Das kann übrigens auch sowohl Nahkampf als auch Fernkampf Schiff sein. Das ist ganz wichtig. Schiff-Gameplay ist in Civilization ja irgendwie so ein bisschen nischenhaft, aber ich kann euch mal empfehlen, mal so eine richtig krasse Inselmap zu spielen und dann mal voll auf Schiffsmilitär zu gehen. Macht auch extrem Bock. Der Push mit dem Schwertkämpfer ist auf jeden Fall deutlich schwächer, nur dass wir da schon mal festgehalten haben. Dann gibt es natürlich noch die Reiter, die man nur mit Pferden bauen kann. Auch die sind eine gute Option. Denkt aber dran, die werden nicht zu Ritter und Upgrade. Ganz wichtig ist mein Fehler, den ich auch immer wieder mache. Die werden ja seit kürzerer Zeit erst zum Renner Upgrade. Das heißt, dafür braucht ihr Bogen, nicht Ritter bitte, Renner, braucht aber dafür kein Eisen. Das heißt, eure Alternative, wenn ihr kein Eisen habt, ist einfach nur Armutschützen bauen und halt auf diese Renner gehen, beziehungsweise Reiter und dann Renner. Die Kosten 80 sind also wieder ein bisschen teurer als der Streitwagen, sind aber auch sehr stark mit 36. Auch die kann man am Anfang recht gut nutzen, weil die sind ja stärker, sogar als Schwertkämpfer. Sehr schnell und damit kann man natürlich auch einen sehr guten Push machen. Ist nicht so stark wie der Ritter, einfach da auf Ritter gehen, ist halt mit Abstand stärkst, weil man damit wirklich auch die schlechten Mauern und so Bogenschützen und so weiter alles eigentlich tanken kann und damit wirklich auch Gas geben kann, und durchhauen kann. Was ich nicht so gut finde, ist halt Beginn hier. Also das ist kein Timing-Push, da könnt ihr nichts mit reißen. Der Landsknecht kommt ja auch neu hinein, das heißt, der Schwertkämpfer mit 35 wird zum Landsknecht abgegeben, mit 45 ist auch nicht so spektakulär, wie jetzt das Upgrade von 28 auf 50 und gerade eben die Produktion, wie gesagt, ist wichtig. Bei manchen Militäreinheiten, die ihr später baut, kosten ohne Lager so extrem viel, dass ihr die einfach nicht in Masse produzieren könnt. Im Fernkampf bezogen haben wir natürlich dann den Armbruchsschützen hier und noch im Mittelalter. Der Armbruchsschütze wird Upgrade natürlich vom Bogenschützen ergibt der Sinn. Dieser Bogenschütze oder Armbruchsschütze ist natürlich recht stark im Fernkampf, macht ganz guten Schaden, auch könnte auch sehr gut zum Pushen nehmen. Wenn die anderen aber ein bisschen mehr in der Technologie sind, werden die Mauern vielleicht schon mehr Bogen sein, also im Mittelalter nicht Mauern. Das heißt, sie sind jetzt dann sehr gewappnet dagegen. Dann müsst ihr schon relativ schnell auf die Armbruchsschützen gehen. Ist auch okay, kann man machen als Fernkampf einer, wenn man halt mehr Schutz hat oder sich weiter wegstellen kann. Aber die Städte erreichen von euch ja immer. Von daher ist der Ritter-Push da immer noch besser. Dann haben wir natürlich noch die Belagungswaffen wie Katapult. Sehr sinnvoll, wenn ihr halt Mauern brechen wollt. Müsst ihr allerdings drauf aufpassen, die sterben wie die fliegen, wenn die von irgendwas erwischt werden, auch von Städten. Da muss man wirklich schwer drauf aufpassen. Also Katapulte finde ich da noch sehr schwach. Da wäre es dann besser, halt sowas auf Tribouché zu gehen oder halt, was noch am besten ist, direkt auch bombarden. Ihr seht, Steigbügel ist ja schon davor. Wenn ihr jetzt draufklickt, ihr könnt Steigbügel erforschen, wie ich es jetzt getan habe und direkt auf Metallguss. Da braucht ihr halt nur Salpeter. Das heißt, ihr müsstet auch Militärtechnik nehmen, wo halt das Tribouché oder Tribouché dran ist, wo ihr dann auch eure Waffenkammer bauen könnt und wo ihr dann den Boost bekommen könnt. Hier müsst ihr einfach nur zwei Einbruchsschützen haben. Könnt ihr relativ schnell hinkommen. Und das ist auch einer der wichtigsten Push, die ich finde, die es gibt. Also Musketenschützen graden sich dann wieder vom Schwertkämpfer ab. Und da habt ihr auf einmal 55 Stärke. Nochmal verglichen mit dem Ritter. Der Ritter ist dann nochmal stärker. Aber ihr kriegt halt erstmal eine starke Nahkampfeinheit. Wenn ihr zum Beispiel Ritter geskippt habt und ihr kommt danach zu der Bombarde, die halt euer Spiel öffnet. Also oft ist es so, wenn man nicht den Ritter-Push macht, dass man sagt, ich warte bis zum Bombarde, hau dann so zwei, drei Bombarden raus und dann kann ich richtig All-In gehen, weil die Bombarden meistens, wenn sie früh gebaut worden sind, sehr schockartig die Verteidigung der Gegner überwinden können. Das können wir einfach hier mal zeigen. Da sind wir zwar schon in der 119. Runde, ich habe aber auch schon eine Hauptstadt da eingenommen, bin aber sehr, sehr stark mit meinen Bombarden, obwohl ich noch relativ spät war. Also man kann das noch besser machen. Ich war aber relativ gemütlich, habe tatsächlich komplett Zalpeter vergessen. Ist auch das Let's Play, ich muss wieder Werbung dafür machen. Bombard Rush, guckt es euch bitte an. Das hat immer noch zu wenig Klicks. Ich finde einfach, das verdient mehr, weil es wirklich auch viel Mühe war, weil ich hier nicht der größte Militär-Experte bin. Aber das hat dann doch im Endeffekt sehr gut geklappt und sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich teilweise verzweifelt war, dachte ich schmeiß einfach alles hin und vergesse die ganze Geschichte. Aber ihr seht auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, eure Bombarde, wenn ihr unten rechts mal guckt, seht ihr halt, wie viel Schaden die macht. Ihr seht die Stadtmauer, die hier gegeben ist durch Sidon, ist komplett, oder Sidon, keine Ahnung, komplett halt zerstört. Ihr seht zwei Runden, bam, habt ihr die komplette Verteidigungsanlage zerstört. Mit der Bombarde könnt ihr extrem starken Push machen. Da kommen die Katapulte wieder ins Spiel. Die Katapulte haben wir ja gesehen, habe ich ja gesagt, die sind ziemlich kackes, also sie gehen sehr schnell kaputt. Hier ist übrigens dieser Mischmodus. Aber ihr könnt die Katapulte halt zu Bombarden aufwerten. Dann könnt ihr für 120 Produktionen schon mal Katapulte 3, 4 bereitstellen und die dann wieder, wie beim Ritter auch, mit der gleichen Idee. Einfach upgraden, statt dass ihr 280 Produktionen nochmal neu bezahlt, müsst ihr das Geld haben und das sei Peter. Aber das könnt ihr mit den Politikkarten halt dementsprechend regeln und dann habt ihr auch wieder einen gigantischen Push, der sehr, sehr effizient ist. Okay, ich habe gerade mal reingeguckt, ich quatsche ja jetzt schon wieder viel zu lange. Das ist ja ätzend. Ja, gehen wir ganz kurz hier noch weiter durch. Ich denke, also in meinen Augen ist der Bombard Rush mit das Wichtigste, was es gibt. Es gibt noch einen Punkt, den ich danach erweitern will, aber da kommen wir gleich zu. Aber es geht jetzt hier weiter. Zu Kürassier, Renner zu Kavallerie und die Feldkanone wird vom Armbussschütz natürlich abgeralien, Infanterist von Musketier. Nichts Spektakuläres in meinen Augen. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist natürlich, der Renner hat hier eine 46er, Kavallerie hat eine 62er Stärke. Ist ganz cool. Ist schon eine 16er Erhöhung, also um 16 Stärke erhöht, aber es ist halt nicht so eine massive Steigerung wie vom schweren Streitwagen zum Ritter. Von daher ist das immer noch einer der mächtigsten Pushs. Genauso halt vom Katapult zu den Bombarden oder Triebock, wobei ich Triebock meistens skippe, weil das Spiel viel zu schnell geht und ihr seid sonst viel zu langsam in meinen Augen. Aber auch da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr wollt. Und das Wichtigste ist aber im Industriezettel sind gar nicht die Upgrades. Das Wichtigste ist seine Ausrichtung, ich meine, die ihr ein bisschen das Spiel kennen, wissen sie ja, Nationalismus. Da könnt ihr nämlich Kurs bilden. Diese Kurs sind relativ einfach. Ihr habt einfach beide Einheiten. Könnt ihr fusionieren wie bei Son Goku. Schön Fusion. Der Bonus ist gar nicht mal so stark. Ihr habt allerdings einige Vorteile. Denn erstmal erhöht ihr einfach eure Kampfkraft, wenn ihr zwei Krieger zum Beispiel fusioniert, um 10. Das heißt, ihr habt statt 20er Krieger einen 30er Krieger. Und wichtig ist, ihr spart einen Platz auf der Karte, habt also eine stärkere Armee. Und entscheidend ist halt über den Damage, den Schaden, den ihr macht, immer die Differenz der Kampfstärke, sowohl bei Städten als auch bei Einheiten. Damit gehen wir in die Moderne. Und da kommt noch ein cooles Timing hinzu, was die Bombarde nochmal verstärkt, weswegen die Bombarde in meinen Augen nochmal stark ist. Könnt ihr natürlich auch zur Artillerie upgraden, da ist das genauso hilfreich. Ich zeige es euch gleich. Aber gehen wir erstmal zur Mobilisierung, weil wir eh schon hier sind. Dann könnt ihr aus Kors Armeen bauen, das heißt, zu drei Einheiten fusionieren. Und dann kriegt ihr sieben Stärken auf deren grundlegende Stärke. Bedeutet eben, die 10 vom Kors, 20 dazu sind 30 plus 7, 37 beim Krieger. Und dann habt ihr halt einen sehr starken, massiven Krieger. Der Vorteil, wie gesagt, ist noch immer, ihr habt einen Slot auf der Karte nur verbraucht, was sehr wichtig ist. Aber für mich noch sehr wichtig, vom Push her, gerade eben mit den Bombarden, die noch immer recht gut mithalten können, muss man einfach sagen. Ihr könnt aber natürlich auch zur Artillerie upgraden, wenn ihr es halt schafft, euch die Ressourcen zu sacken. Ihr müsst auf jeden Fall Öl haben, sonst bringt es nichts. Aber was ich sonst empfehle, ist definitiv die Luftfahrt. Eine der stärksten Technologien generell schon, weil Tourismus massiv gebuft wird, wenn ihr darauf geht. Ihr könnt jetzt Flieger bauen, was extrem stark ist. Und ihr habt den super krassen Aufklärungsballon. Den vergessen, glaube ich, fast alle. Der ist nämlich so wichtig, weil ihr könnt einfach im Umkreis von einem Gelände, also ihr braucht nur einen verfluchten Aufklärungsballon, kriegen alle Belagerungseinheiten eine Reichweite hinzu. Das ist absolut Game-Breaking und Changing. Ihr könnt, wenn eine KI irgendwie recht starke Mauern hat, also könnt ihr euch wirklich außerhalb der Reichweite dieser Stadt festsetzen und könnt eure Bombarden konstant drauf hämmern lassen. Ein krasser Einschnitt, ein derart heftiges Timing, ähnlich wie Kors und Armeen. Brutal, wenn ihr die KI halt oder generell auch Spieler und Multiplayer, wobei die natürlich geschickter sind dabei, aber gerade KI auf Gottheit, von außerhalb der Reichweite der Stadt bombardieren könnt. Dann ist egal, wie viele die ihr haben, dann könnt ihr da richtig reinlinsen. Und wenn ihr dann noch auf Artillerie mit einer Armee upgradet, könnt ihr Städte schmelzen lassen. Also das ist brutalst, finde ich, in der Moderne. Dann gibt es noch einen Punkt, der auch sehr, sehr cool ist. Ich habe ja über die Pekingiere gescherzt und gesagt, die sind blöd, aber die Chemie ist dafür super cool, weil ihr habt eine sehr leichte Forschung, die auch sehr leicht boostet, wenn ihr eine Allianz habt. Und diese Forschung bringt euch die Panzerabwehrmannschaft. Die kostet keine Ressource. Ihr braucht also kein Öl, wie jetzt zum Beispiel bei den Infanterie. Die würde ich deswegen, meistens skippe ich die, weil ich das Öl vielleicht noch nicht habe, weil ich dafür wieder andere Forschung brauche, wie hier. Aber hier, die braucht ihr nichts für an Ressourcen. Kriegt eine 75er Einheit, kriegt ein super starkes Forschungslabor dazu und hat eine sehr starke Einheit, weil sie sehr schnell gebaut werden können und massiv stark sind, wenn sie früh dann ankommen. Wenn sie wirklich früh ankommen, können sie auch richtig Städte überrennen. Das Gleiche gilt, und da sind wir noch beim nächsten. Also Moderne bietet wieder sehr viel. Der Panzer. Wenn ihr den Panzer, ist ja klar, grailt sich halt von Kürassier ab oder vom Ritter. Kann man auch direkt, ich würde sogar fast empfehlen, Ritter zu Panzer. Braucht ihr zwar auch Öl für, aber ein Panzer ist mit 85 Stärke so stark, dass er, erstmal super schnell natürlich auch, massiv als Korps oder Armee eigentlich Städte essen kann. Also wirklich, wenn ihr mal Probleme mit Städten habt, auch mit der Bombadenstrategie, mit dem Luftballon, wo ihr merkt, das dauert 10, 20 Runden, braucht euch einen Panzer, oder geht zur Panzerforschung, guckt, dass ihr irgendwo Öl herkriegt, und dann macht ihr einen Panzerkorps, Panzerarmee, und ihr könnt eigentlich viele Städte fressen, die nicht die modernste Technologie haben und sehr starke Nahkampfeinheiten haben, um eben die Garnisonsverteidigungsstärke zu erhöhen. Und die könnt ihr natürlich dann nachher auch noch in die großen Kampfpanzer upgraden, die kommen aber erst in den Informationszeitalter. Ja, Wasser skippen wir auf jeden Fall alles, da könnte man auch noch ganz viel zu sagen mit Flugzeugträger, wo man Flugzeuge reinpacken kann, das reicht, aber einfach, die Zeit ist einfach viel zu lange. Wichtig ist dann noch hier an dem Punkt, wir sind nochmal in der, ja ne, wir sind in der Turmzeitalter angekommen, Doppeldecker sind ja schon mal so Einheitenangreifer, aber keine Belagungseinheiten, was noch extrem stark ist und was man auch sehr gut rushen kann, wenn die KI halt keine Gegenwehr dabei hat, und ich finde, die KI baut generell schwer, Flugzeuge früher gar nicht, also da konnte man einfach die Welt dominieren mit Bonbern, aber mit und mit können sie es jetzt, aber wenn ihr richtig gut seid und die Tutorials, die ich euch gezeigt habe, nutzt, werdet ihr eigentlich meistens zuerst Bomber haben, wenn ihr darauf spielen wollt halt. Und diese Bomber sind halt Belagungseinheiten, haben 10 Reichweite und ballern einfach voll krass drauf und das macht sehr viel Spaß, ersetzen manchmal in der Artillerie oder wenn ihr nicht Bombard Rush gespielt habt, könnt ihr dann damit einen Push machen, weil einfach, ich baue x Bomber und bombardiere alle Städte in der Nähe, braucht wohl Aluminium, ist natürlich der wichtige Punkt dabei und ihr kriegt halt einen besseren Kampfflieger, der halt den Doppeldecker ersetzt. Sonst haben wir hier erstmal noch den Hubschrauber, der wird sehr gerne von der KI genommen, ist die leichte Kavallerie in Anführungszeichen, 86 Stärke. Ich bin eher der Panzerspieler, ich glaube, dass Helikopter halt einfach, weil sie noch schneller sind als die Panzer, dadurch natürlich einen großen Vorteil haben. Aber meistens komme ich nicht dazu, die zu bauen, weil ich meistens über eben die Panzer gehe. Trotzdem kann man ja mit dem Renner und so weiter, Kavallerie, natürlich über leichte Kavallerie spielen und dann wäre eben euer Helikopter euer Upgrade. Wie gesagt, ich bin eher der Panzermensch, das heißt, ich gehe vom Panzer und gehe dann relativ schnell zu Kampfpanzern über und damit sind wir auch schon im Informationszeitalter. Und dann ist jetzt wirklich, jetzt geht es eigentlich nur noch Richtung Upgrades. Nichts Besonderes mehr dabei, weil ab hier könnt ihr halt den riesen Kampfroboter bauen und da habt ihr halt einfach ein gigantisches Monster. Wenn ihr davon, wenn ihr eh schon on top seid und davon noch drei baut, macht ihr eher alles platt. Ich habe auch schon KI gehabt, die massiv viel von diesen Viechern gebaut haben. Das heißt, ihr müsst auch gewappnet sein, dass ihr gegen die kämpft. Ihr braucht Uran dafür und ihr müsst sie gut bauen können. Und die könnt ihr dann mit den Zukunftsforschungen natürlich noch upgraden. Wenn ihr natürlich schnell dahin kommt und kein anderer hat einen Kampfroboter, gewinnt ihr das Spiel einfach. Also es ist halt nur, ihr seht wie viele, ihr braucht da halt eigentlich alle Forschungen. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt einfach sofort hinkommt. Ein paar werden ausgelassen, der Rest ist aber eigentlich alles nötig. Deswegen gibt es da jetzt kein Beelining, wie mir das so schön heißt. Hier jetzt beim Ritter, da könnt ihr ja relativ schnell halt Beeline, wie ihr sehen könnt. Ihr seht, ich brauche die ganzen Forschungen hier vorne nicht. Ich kann das skippen. Ich hätte ja auch ganz viel anderes skippen können und direkt auf Steigbüge gehen können. Das ist beim Kampfroboter nicht möglich, aber der ist natürlich einfach Gamebeender, also ein Spielbeender. Genauso die Atombomben halt mit Kampfbomber. Wenn ihr dann Uran freigeschaltet und Atombomben, könnt ihr natürlich auch gerne richtig viel Spaß haben und die ganze Welt in Atombomben ertrinken lassen. Die Arketenartillerie ist natürlich noch ein Upgrade zur Artillerie. Hat auch drei Reichweite, mit eurer Drohne halt vier Reichweite. Massiv stark, um eben das Spiel wirklich zu beenden. Aber wenn es um Timings geht, sind halt die, die ich euch erklärt habe, die wichtigsten. Hier geht es eigentlich nur darum, die Dominanznummer weiter auszubauen oder so. Wie gesagt, mit Bomber kann man einen sehr guten Späten angefahren, plus halt Panzer oder Helikopter. Und ja, hier, das sind in meinen Augen dann nur noch Finisher. Das ist halt einfach, ich mache dann eine Artillerie, habe ich ja schon, dann baue ich eine Maus. Oder ich habe schon den Panzer, dann baue ich einen zu Kampfpanzer. Ich habe schon die Panzerabwehrmannschaft, baue ich zur modernen Panzerabwehrmannschaft. Also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Da kriegt man einfach mehr vom Gleichen. Die Pushes, die ich jetzt eben ja und die hier mit diesem Video vor allem erklärt werden sollen, kommen halt hier unten vor allen Dingen mit diesen verschiedenen Timings-Pushes. Und wichtig war mir halt die Grundlagen zu erklären. Das heißt, was sind Garnison-Stärken? Wodurch kriege ich halt meinen Fernkampfangriff? Weil manche werden sich wahrscheinlich fragen, warum ist meine Stadt so schab, nicht so stark, sondern verdammt schwach? Und das liegt halt daran. Plus, ich wollte euch sagen, nutzt wenig Produktionseinheiten, also baut die billigen Einheiten, lasst sie einfach stehen und macht dann ein geiles Upgrade, wo ihr massiven Push machen könnt, wie beispielsweise das Haffenritter, mit Bogenschützen zu Armbrust schützen oder mit Katapult zu bombarden oder mit Kriegern tatsächlich direkt zu musketen. Warum nicht? Damit habt ihr natürlich Produktion gespart, müsst nur Geld auf dem Konto haben, das müsst ihr euch halt besorgen und könnt dann richtig krass abgehen und die Ressourcen müsst ihr auch noch haben. Ist klar. Ja, und das wär's, glaube ich, eigentlich. Wenn ihr noch irgendwelche Tutorials braucht, für mich war es eigentlich jetzt das Letzte. Wenn ihr sagt, ich will Wasser noch unbedingt in der einzelnen Folge haben, die dauert dann wahrscheinlich nicht so lange oder irgendwas anderes braucht, sagt mir einfach Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like, da ein Abo und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.